ne bringt uns nichts hmm was also sollen wir tun wofür ist dieser Infusionsbeutel das ist doch der letzte Spiegel wo wir noch was machen zu den Bildern gibt es einen Hinweis ja die Frage ist wo ist dieser Hinweis wir haben ne bisher noch nicht gefunden ok ich halte nochmal die Ohren offen nach irgendwelchen Spiegeln vermutlich müssen wir nochmal runter gehen oder so echt oben im Schlafzimmer was soll hier denn sein hmmm Das war's für heute. Meinst du diese Zahlenzettel hier, oder was? Das ist auf jeden Fall ein sehr eindeutiger Hinweis. Total, der bringt mich weiter. Und dieser Raum. Nein. Hä, wie? Nein. Das ist doch das Schlafzimmer, oder nicht? Oder meinst du das Schlafzimmer hier rechts? Was man hier hört, ist der Spiegel aus dem Badezimmer. Nee, hier ist auch nichts. Hä? Was für ein Glory Hole. Oh ne, sag nicht, sag nicht. Ich bin so blöd. Stimmt, da hängen Bilder. Da hängen Bilder in diesem Raum. Ich bin so blöd. Okay. Bin gespannt, ob das weiterhilft. Mal gucken. Also, es fehlten die letzten paar Bilder an der Wand. Es sind halt drei Stück. Wenn ich die jetzt richtig sortiere, das mittlere ist richtig. Das hier muss ausgetauscht werden. So. Hä? Das ist doch richtig jetzt, das Muster, oder? Nee, nee, nee. Falsch. Das ist das falsche Muster. Auch nicht wirklich, ne? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ach nee, das war das hier am Ende, ne? Nicht das. Oder bin ich jetzt blöd? War das jetzt das hier am Ende? Ach Gott, ich und mein Gedächtnis. Wir haben uns so lieb. Äh, das Bild gibt's noch einmal hier. Äh, bin ich jetzt blöd? Ich bin so blöd. Ich muss noch mal nachsehen. Also, hier war das. Okay, das ist richtig. Das Muster. Dann dieser halbe Kopf und dann dieses, mit dieser komischen Maske. Ich, Hauptsache, ich kann mir das vernünftig merken, ey. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Das ist geil. Halt doch die Klappe. Okay, äh, war das, das und dann das. Scheiße. Scheiße. Das ist aber auch so lange dauern muss. Komm schon. Komm schon. Also, okay. Das muss einmal getauscht werden hier. Du musst weg. Ja. Tschüss. Du musst einmal hier hin. So. Dann, ähm... Du bist auch falsch. Du musst hier in die Mitte. Du musst hier in die Mitte. Und dann brauche ich, äh... Dann brauche ich, äh... Nee, dich nicht. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. Darf ich den hier wegnehmen? Bist du jetzt richtig oder nicht? Oder nicht? Nicht. Sag ich doch. Das war nämlich das halbe Gesicht in der Mitte, ich Idiot. Ein Schatten von Dolores. Die Infusion fehlt, lol. Geil. Danke, Dolores. Funktioniert nicht. Okay. Soll mir egal sein. Wir haben das letzte Teil. Ab geht die Post. Kapitel beenden. So. Und dann müssen wir warten, bis das nächste veröffentlicht wird. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. War... War sehr lustig. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. So. So. Ich stehe doch noch nicht mehr zum Dunkeln. Na, was willst du von mir? Ja, gucke mal. Wo kommt denn dieser Schlüssel her? Eine Langspielplatte haben wir gefunden. Wo können wir die jetzt abspielen? Ich dachte, das Kapitel wäre jetzt vorbei. Wo war denn hier ein Plattenspieler? Ne, hier war nur ein Radio. Ich denke, wir brauchen einen Plattenspieler, ne? Hä? Nö, nö, nö. Nö, nö. Steam? Steam? Hallo? Steam? Hallo? Ah, ah. Ja. Einen Plattenspieler brauchen wir. Ich weiß auf jeden Fall, da ist einer im Keller. Da ist einer im Keller. Da laufe ich jetzt mal hin. Nein, Dollordes. Lass es gut sein. Ich mach den nicht auf. Zumindest kein 15. Mal. Wir können ja gerne zum Abschluss auch wieder ein bisschen Brawlhalla spielen, wenn du möchtest. Also, mir hat das gestern mega Spaß gemacht. Und so langsam werde ich warm. In dem Game. So. Und jetzt, guck mal, das Licht ist sogar noch an. Geil. Hä? Ich wollte die abspielen. Du Idiot. Und jetzt? Beruhigt das die Dolores? Oder, oder? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Da hinten ist es doch Loris. Oh, scheiße. Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, hier scheinbar nicht. Die Musik sagt mir, hier soll ich nicht lang. Okay, ja. Entschuldigung. Hier laufe ich auch in die falsche Richtung. Hmm. Ne? Eh? Hey. Huh! Hey. Oh, nee. Huh! Hey. Hey. Entschuldigung. Nein! Wie blöd war das denn jetzt noch? Ich wollte doch einfach nur gucken, wie schön die Dolores tanzt. Toll, toll. Wow, klasse. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, pass auf. Wieder zu starten? Haha, so, da sind wir wieder zurück. Ich habe gerade daran gedacht, die Aufnahme wieder zu starten. Sehr schön. So, dann spritten wir hier eben schnell durch. Der Weg war nicht richtig. Da bin ich lang gelaufen, ne? Nicht? Nein, 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 nein. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen, oder was? Geil. Hammergeil. Hä? Dieses Mal nicht wieder runterfallen, bitte. Das wäre ganz lieb. Guck mal, wie schön sie tanzt. Dolores, guck mal. Schön. Guck mal. Willst du mich verarschen? Geil. Mega geil. So, was sagt die CPU-Temperatur? 60 Grad. Ja, so kennen wir es. Ja, so ... ... Musik 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 McKendy Musik 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 Ich muss doch nicht etwa hier rüber laufen, oder? Ja, wir sind da! Schön! So. Oh Gott. Nein. Funktioniert nicht. Toll. Oh, no. Toll. Jetzt sind wir in den Raum. Geil. Geil, Alter. Wir sind in dem Raum gelandet. Mega. Geil. Oh, Dolores. Dolores? 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 Alles klar. Was? Oh nein, Dolores, was hast du getan? Das war's mit Dolores, wir sind durch. Ende von Dolores Kapitel und damit hat sie sich dann endgültig aus diesem Leben verabschiedet. Ja, Gott sei Dank. Ne, also echt, also ja, hm. Dolores. Hi, Cat! Cat, hi! Hey! Schön, dass du wieder da bist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt den Hauptinhalt der Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Von uns allen im Set Square Studio. Kein Problem. Sehr gerne. Hat auch mega Spaß gemacht. Hat auch mega Spaß gemacht. Ja. Jetzt müssen wir darauf warten, äh, dass das nächste Kapitel veröffentlicht wird. Und, ja, das war's. Freunde, schade eigentlich. Ungern höre ich jetzt damit auf, weil das Spiel einfach so geil ist. Schade. Echt schade. Ja, wir sind durch mit Visage, bis das neue Update kommt, würde ich sagen. Freunde, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch zum nächsten Part wieder, ja. Es ist ja noch nicht zu Ende. Zum nächsten Part von Let's Play Visage. Tschüsschen. Und dranbleiben. Ja, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber irgendwann wird das Update kommen. Tschüsschen. So. Alles klar. Ja, wir, äh, sind durch mit Visage, Freunde. Das war's. Ende. Toll. Wow. Toll. Ist man einmal weg und er macht das Kapitel fertig. Ja. Mega gut. Guck mal, jetzt ist die FPS-Zahl wieder da, ne. Immer wenn ich das Spiel beende, kommt die FPS-Zahl. Hure. Äh, ja. Geil. Geil. Mega geil. Juni 2019. Dolores Kapitel ist ab sofort verfügbar. Erkunde das Haus noch einmal, um ein weiteres brandneues Kapitel mit etwa sechs Stunden Spielzeit anzugehen. Du kannst nicht gleichzeitig in zwei Kapiteln spielen. Alter. Du kannst jetzt in den Einstellungen die Stress hat Anzeige deaktivieren. Du kannst jetzt in den Steuerungsoptionen selbst bestimmen, wie sich Türen und Schubladen verhalten. Ja. Im Hauptmenü gibt es jetzt auch einen Unterpunkt aktuelles. und vieles mehr. Geil. Mega geil, Freunde. Mega gut gemacht. Visage. Hammer Spiel bisher. Bin gespannt, was da noch draus macht. Bis zum nächsten Mal. Die Aufnahme läuft noch. Ich dachte, ich hätte beendet. Hä? Speichern. Spin erk Doom. Die Tina Mantchair. Die classify. Vielen Dank.